eSports gewinnt zunehmend an Bedeutung und das weltweit. Auch in Hof sind wir eingestiegen. Die Initiative eSports besteht bereits aus 200 Mitgliedern und ist eine Gemeinschaft, in der sich Studierende über Videospiele, Meisterschaften und Spieleentwicklung austauschen können. Dabei werden Events, Coachings und Bootcamps angeboten. Ohne Verpflichtungen. Das Vereinsleben steht bei uns im Vordergrund und unser Ziel ist es, Gaming-begeisterte Studierende zusammenzubringen. So schließt du als Mitglied Kontakte in der ganzen Hochschulwelt, hast viele Möglichkeiten, dich mit den besten Spielern Deutschlands zu messen und bekommst auf diesem Wege sogar Chancen auf Jobs im Bereich eSports und allgemeiner IT. Melde dich bei uns und erlebe eSports hautnah!